Hallo, herzlich willkommen zurück zum Letztraustab 3 mit Kater. Oh ja, und ich habe ein Minipack eingesetzt, obwohl wir kein... Oh nö, nicht schon wieder. Guck mal, was wir im Hohen stehen. Oh nein, jetzt ist er fast. Ne, ne, opl, nein. Ja, Ugo. Alter, auch nö, jetzt will ich doch lieber selber fahren. Wir müssen mir dieses Ding zerstören. Ja, stimmt. Das ist das Ding, das war wohl nicht so gut. Das war, muss ich dir die Arme drauf haben. Ja, tötete mich doch direkt. Und ich komme auch noch mal aus, da, es ist, es ist, es ist, es ist okay, es ist okay. Ich finde das vollkommen okay, wenn du mich jetzt mal zum Marschlecken wollen, ich eh gleich wieder sterbe. Ich kann nie wieder sterben. Nein. Nein. Tötete mich doch direkt, du Scheiß. Weißt du, weißt du, ich stehe da. Es kommt direkt auf mich zu, zieht mir erst mal die Hälfte der HL. Okay. Komm noch an, dann hat zack, schön hinterher. Das läuft gut. Das ist so der Zeitpunkt, da denke ich mir wirklich, da will ich das gar nicht einfach mehr spielen. Ich will damit auffüllen. Ich mag das spielen nicht. Das wirklich ist der Punkt, warum ich denke, warum hab ich mit der Kacke angefangen. Ja, wir müssen verlangsamen und auf die Arme schießen. Wo sind das, das tauchen auch Monster auf. Das ist, bist du jetzt rausgetappt? Ja, ja, ich bin jetzt rausgetappt. Geh weg, geh weg. Du, 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 du. Es trifft mich trotzdem, das gibt es nicht. So, jetzt. Ich nehme mir die Picken. Oh. Ich habe mich irgendwann zu. Ich habe Pude. Ach so. Das ist das, was wir für uns hoffden. Ah, ah, ah. Jetzt wieder die Dinger treffen, die Dinger treffen. Ja, ja, ich kann dir der Lecker nicht helfen, weil ich mir im Moment nichts vieles habe. Und deswegen ist es eh nichts. Ja, abgetroffen, abgetroffen. Geil. Kann ich hier irgendwas machen? Scheiße, scheiße, es kommt zu mir. Komm zu mir, nein, 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 nein. Verpiss dich. Ja, greif mich doch so. Ich kann immer dem leider nicht helfen, ich muss mich um die. Ich bin dumm umkümmern. Ja, verantwortet mich da reintoppen. Okay. Ach, du noch konntest. Ah, doch ein Getro. Oh, ist die Dinger. Es auch. Oh, war heute durch die Energie. ja das kenne ich das ding ich dann auch mal aber das ist vielleicht was gutes nein das ist mein Liebesdienst überhaupt wartet an der Bank das bringt mir im Moment nichts mein liebes Spiel ja dein Midi-Pick ja immerhin etwas weiter ich versuch's recht ja habs ciao hoho ja hab getroffen hab getroffen ich versuch noch ob wir wenn irgendwas ah hier Mama wie gesagt du bist da ein bisschen besser dran mit den Teilen ich kümmere mich was da so drin ist ich hab kaum noch Munition ich hab noch was soll ich dir was geben ist ja super alter nein ich hab keine Munition scheiße ich hab keine Minipacks mehr warte wenn du es irgendwie verdingst kann ich nicht so schnell Muni geben nein ich hab's glaub ich entfernt geben so nein nein ich komm hier nicht aus aus dem ja oh mein Gott wie wenig hab ich nein einmal von den Dingen getroffen geht noch nicht pack komm gibst du noch etwas bitte nein 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 da kommen wir sonst von der Seite nein nicht auf die ich hab's doch schon jetzt getötet ey oh da ist noch an, das ist noch auch geil damit kriegt ich mich wieder auch hin nein 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 oh nein ich kann dir nur leider bei mir nicht helfen ich hätte ja sonst was ja wir müssen uns aber zusammenarbeiten weil das das Problem ist weil ich hab halt kaum Munition noch gehabt und ja wie soll ich hab problem das mit der Säge hinzubekommen ja du sagst aber das ist ja nicht die einzige Waffe oder nicht ja dieses Fremdenteil hier ja das ist dann hilfreich wenn der halt den Mund aufmacht nein also nicht einfach wenn wir die Arme abschießen aber okay das Problem ist dann schaff ich halt den nicht die Monds sind nachher auch nicht mehr gekommen gut wenn er den Mund aufmacht dann weil sonst gegen den hab ich halt keine Chance mhm dann versuch das achten wir sie haben alle drei abgeschaut ich möchte nicht mehr was auch machen sollen ah ja komm doch direkt wieder auf den Stuhl es ist es ist ok ja 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 genau komm auf mich zu es ist es ok es ist es ok es ist es ok es ist es ok ja ja genau schön eingekesselt da pick dich an Scheife oh ich glaub da kommt was oh Achtung nein nein das machte das ne 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 doch 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 ich glaube ich glaube das ist nicht wenn wir das machen ich habe schon Grundschalter und gibt es nicht Jörg weil ich versuchte um die 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 gerade wieder flott zu machen. Versuch's mal zu verlangern. Alter. Mann, es geht nicht, es geht nicht. Ich hab grad... Oh, ich hab grad erst versucht das Ding wieder flott zu machen. Oh, Mann. Das ist so ein großer Mist, ey. Wir haben uns mit der Apule. Ich hab da ein Teil gefunden, was ich drehen kann. Ich hoffe, das ist das. Ja, das nutzen wir auch. Ah, das kann man nicht sehen. Wir haben ja eben alle drei abgeschaffen. Deswegen gebracht aber nicht. Hm. Ach, das käme doch gar nicht. Nee. Unbekannt, vielleicht wär ich jetzt so drücken. Ich dachte, ich kann das irgendwie weg... wegentern. Guck mal, wie's gleich wieder... auf... aufgelaufen kommt. Auf, 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 auf mich losgeht. Direkt auf mich losgeht. Ja, auf mich auch. Willst du dir erstmal hier direkt... Ja, das darfst du dir gerne mal. Boah, Alter. Guck mal, ich versuche hier was, lenkt du die alle ab. Okay. Ab ihn. Sagen du einfach. Versuchen Sie das zu den Lasern zu locken. Zu den Lasern. Aber wir müssen uns dahin locken, hier. Oh, ja, mach mal. Oh, cool. Na komm. Oh, das ist jetzt so eine kleine Däu. Ja, wo ist es? Wo ist es? Jetzt muss er... muss er nicht irgendwas drücken. Weiß nicht. Er ist noch nicht komplett in den Laser. Aha, da muss er auch fertig stehen. Da muss er mal irgendwas komplett drin stehen, so wie jetzt. Ach, ich glaube, er muss da drinstehen, dann müssen wir das verlangt haben Ah, ja Wo muss ich anziehen? Weiß nicht, ich finde, das wird zu langsam Verlangsam geht das nicht Hier wird verfügbar Ach, scheiße, er ist raus Aber wir müssen auf beiden Seiten drücken Bei mir ist auch was, oder was? Ja, ja, auf beiden Seiten Okay Auf meine? Bei mir ist nicht Doch, ist da was, da ist was Ah, hier, okay, ja Geben verfügbar Ja, Alter Greif mich doch von hinten an, das ist okay Ich habe keine Position mehr Oh, ich habe hier, nein Oh, das ist scheiße, ich versuche das doch zu machen, aber die greifen mich einfach von hinten die ganze Zeit an Das gibt es nicht Gibt es aber nicht Boah, also ich kann keinen Missentwickler Nein, da fang ich da nochmal weg an, ist es okay Okay, ich bin Fast ja Ja, ist okay Okay Oh, Alter Ich habe schon Hass auf diese Scheiß-Teile Nein, ich habe kaum Energie Ja, ich auch nicht Aber auch fast, fast gar nichts Ja, komm, auf mich zu gelaufen Das ist okay Oh, nein Ich bin am Boden Ja, Moment Nein, nein, das ist gut Ich verstehe das Ich kacke das dann auf Suche Wir müssen hinter dieser Linie bleiben Oder nee Lass jetzt nicht so weit rauslaufen Ja, das Problem ist, wenn er dann da ist, dann muss ich da schnell agieren Und dann greifen die mich die ganze Zeit von hinten an Das ist richtig assig Ja, sonst lass mich das sonst machen Ja, geht das, das geht auch alleine Ja, ich glaube ja, weil auf der einen Seite konntest du nur was machen Ja, okay Dann bleib ich die ganze Zeit hinter dieser Linie Ja, ich bleib auch da Bis halt, bis es halt gefangen ist Dann müssen wir uns halt verlangsamen Du verlängst es am Anfang Ich mach den Generator wieder frisch Genau Und dann müssen wir hinter der Linie bleiben Und dann halt die Monster immer von der Linie abschießen Dann sozusagen Was hinter mir? Alter, wie er mir so viel Leben abzieht, ey Hab ihn, Generator Hast du? Angemacht? Komm hinter der Linie Da muss einer halt Wow Oh, ja, ist okay Ist okay So, ich geh hin Ich muss einfach nur die Monster abschießen, nur die Monster abschießen Ja, ist okay Ja, hab ich Ja, nein Wie viel kommen denn von den Scheißteilen? Nein Ich bin fast am Boden Oh, fuck Es geht nicht Die Maschine wieder aus Scheiße Wie kommen denn von den Teilen? Nein, René Weißt du, du stehst da und es passiert die ganze Zeit gar nichts Und du stehst einmal hinter dieser Linie Du bist an der Schnur Und direkt kommen 50 Tausende Ja Auf mich drauf und ich kann gar nicht so schnell reagieren Hast du einen Plan mehr verroffen? Ja, hab ich, aber trotzdem Das war schwierig, wenn du dich gerade auf einen konzentrierst und die ganze Zeit Ich bin schon kurz Doch, das Ach, das Oh, warte, die Moppen doch jetzt Oh, krass Oh, krass Oh, krass Oh, krass Oh, krass Ist vom Stuh gefallen Ah, nee Rennst Ja, das ist okay Ich versuch direkt von meinem Park Mini-Picks zu bekommen Okay Ich vom Generator Ab ihn Nein Nein Oh Direkt kommt auch was, direkt kommt was Ich kann ihn nicht verlangern, ich kann ihn verlangern, ich kann ihn verlangern, so ein Leck, ganz zykerli Oh da kommt ein bisschen hinter dir, das ist richtig, das ist richtig, also Wie kann man sich mit so ne Kacke einfallen lassen, ganz ehrlich Assig, assig Das ist zu assig Ja, ey Bin ich natürlich da eingesperrt, ey Das ist zu assig Ey Ja, es ist okay Ja Ich hab wieder Energie Alter Scheiße, ich konnte nichts machen Ah, hat sich wieder bewahrt, ich weiß, das ist richtig Das ist zu assig Aber you got Monster here, komm, ey Ja, das ist das assig Das Vieh ist ja noch nicht mal der Schwierige Das ist doch hinter dir, hinter dir What? Ich bin gelingend Ja, ja Ja, es ist es Es stört mich nicht Stört mich nicht Ja, ey Okay Okay, ich versuch das ist einfach Ich bin hier gerade Du musst ja gar nicht Ja Versuch die alle mal von mir wegzukriegen Aber was hab ich grad gemacht? Ja, drück weiter Du musst grad Versuch die alle mal wegzeigen Ja, mach ich grad Nein Oh nein, nein Hilfe, Hilfe, Hilfe Nein Ich hab keine Gerade hab ich eh gedrückt Ey, ist Das macht echt lust Wenn hier kommst du Ja Wirklich ein tolles Spiel Kann ich nur empfehlen Ja, es ist die eine Stelle Aber es ist halt Weil wir uns gar nicht So müssen Bobby anstellen Weil du musst halt drücken Du musst die Tast immer drücken Nicht gedrückt haben Und immer weiter drücken Okay Oh, du grüßt mich Ja Der erwischt mich noch Ich bin fünf Kilometer von ihm scheiße An entfernt Das erwischt mich So, Generator Machen wir's mal zu Du kannst die Viecher von mir fernhalten Ja, ist okay Du kannst die doch von mir fernhalten, ne? Wenn ich an dem Teil bin Nein Dann versuchst du Dann Dann Ich bin hier Warte, ich gehe an den Schalter Auch du versuchst die von mir wegzuhalten Ja, ich bin schon am Schalter Ich bin schon am Schalter Ja, ich bin schon am Schalter Ja, ich bin schon am Schalter Alter, in your face Du scheiß Viech, Alter Oh, ich habe so eine Wutti Okay, okay Jetzt schnell zählst Bitte 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 Wenn du jetzt zählst, dann hau ich den Nein, eher Ich bin hier schon So, ich habe jetzt wieder volle Energie Also ich bin nicht zählst Aber es ist eh Fortschritt gerade gespeichert Alter Ich bin gerade voll platt, ey Wir haben blau und schlau gelöst Wir haben blau und schlau gelöst Ja, das war ja also nochmal ein epischer Kampf jetzt zum Schluss Boah Muss man gleich sagen, ob ich wieder ein bisschen besser Komme ich auf diese Kackding klar Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier eine kurze Verschlauchpause Und dann seht uns morgen wieder in der nächsten Pause Und dann würde ich sagen, bis dann Leute, haut rein Bis dann, tschüss